Herzlich Willkommen zu unserer heutigen Spezialsendung zum Thema Kirchenvorstandswahlen. Lieber Fringo, was ist denn ein Kirchenvorstand überhaupt? Ja, der Kirchenvorstand leitet die Gemeinde und trifft wichtige Entscheidungen, die die Gemeinde betreffen. Ja, aber Jugendliche gehen doch trotzdem nicht wählen, oder? Wir haben einige Jugendliche aus Ingolstadt gefragt. Warum soll man KV wählen gehen? Weil auf deine Meinung zählt, egal wie alt du bist. Weil mir Demokratie wichtig ist. Weil Engagement wichtig ist. Ich wähle mein KV, weil ich die Chance nutzen will, das Leben in meiner Kirche meine Mitgliedschaft zu stellen. Ja, okay, so ist es vielleicht in Ingolstadt, aber wie ist es denn in anderen Dekanaten? Zum Beispiel in Kulbach? Okay, dann schalten wir mal nach Kulbach. Naja, das ist eigentlich herrlich. Entschuldigung. Ist ja ganz glücklich. Wir sind live, das kann passieren. Hallo, super. Ach, ja, Mensch, du bist das super. Ja, wir sind gerade in einem Interview drin und da geht es darum, warum die Jugendlichen sozusagen bei uns in Kirchenvorstand rein... Ja, finde ich auch. Genau, die bringen neue Ideen, spritzige Ideen bringen die rein. Und neue Ideen einfach, die bringen ihre Medien mit rein, die bringen innovative Geschichten. Und die haben einfach noch völlig unvoreingenommen, haben sie noch eine Einstellung. Und das motiviert, glaube ich, den Kirchenvorstand, ganz positiv in die Zukunft zu gehen und da was anzupacken, was man vielleicht vorher gar nicht gedacht hat. Super, super, ich danke dir. Jetzt muss ich auch weiter zum Interview. Servus. Ja gut, damit ist eigentlich alles gesagt. Achso, okay. Herzlichen Dank. Damit geben wir weiter... Hi, wir sind das Wichtelgebirge. Und wir gehen wählen... Weil Jugendstimme hat. Weil wir es können. Weil es auch unser Kirchenvorstand ist. Weil jede Stimme zählt. Weil wir Demokratie leben. Wir geben weiter an... Weilheim! Ich hätte da ein paar Ideen. Wir müssen sie nicht gleich eins zu eins umsetzen. Die Jugend steht auf Essen. Feiern und Spaß haben, gemeinsam auf Zeitreisen gehen oder ihr Einsatz für den Weltfrieden. Es muss einschlagen wie eine Bombe. Danke, Weilheim. Also ich persönlich gehe deshalb zur KV-Wahl, weil ich sehr engagiert in meiner Kirchengemeinde bin und möchte, dass meine Interessen auch im Kirchenvorstand vertreten werden. Wie sieht das denn das Dekanat Regensburg? Vielen Dank an Neu-Ulm. Jetzt kommt Regensburg. Gehst du eigentlich zur KV-Wahl? Ja, Falli. Brauchen wir ja was zum Mitschmerzen, gell? Ja klar. Ich nehme meine Pflicht wahr, um am Meinungs- und Entscheidungsbildungsprozess teilzunehmen. Nee. Nein, ich schaffe natürlich. Ja klar. Dann kann ich unter 18 auch endlich mal irgendwo mitmischen. Wie voll? Ja klar. Ich will ja die Zusammenarbeit zwischen KV und der Jugend stärken. Und jetzt übergeben wir an Augsburg. Wir sind die EJ Augsburg. Ich gehe zur KV-Wahl, weil sie eine wichtige Möglichkeit ist, die eigene Gemeinde mitzugestalten. Ich gehe wählen, weil es meine Chance ist, mich mit den Kirchenvorstandsleuten auszutauschen. Wir sind stolz auf unsere demokratischen Strukturen. Um diese zu stärken, gehe ich wählen. Und jetzt geben wir weiter an die EJ Ansbach. Hallo. Wir sind die Kirchengemeinde Waldenbach-Dekanat Ansbach. Ja. Dann geh doch wählen. Wie wählen? Ja, Kirchenvorstand wählen. Dürfen wir das überhaupt schon? Ja klar. Wir haben doch uns die Konfirmation gestanden. Oh, stimmt. Vielen Dank für eure kurzen Einblicke. Ich hätte nicht gedacht, dass so viele junge Menschen Interesse da anzeigen. Echt nicht schlecht. Ah, wir haben noch eine Nachricht aus den EJB-Studios in Nürnberg. Rishi, können wir das bitte kurz einspielen? Mit eurer Stimme bei den Kirchenvorstandswahlen zeigt ihr, dass ihr euch für eure Gemeinde interessiert. Dass ihr mitgestalten wollt, wie die Zukunft für euch aussieht vor Ort. Wir als junge Menschen haben ein sehr klares Bild davon, wie wir unsere Kirche bauen und gestalten wollen. Deshalb geht zur Kirchenvorstandswahl und gebt mit eurer Stimme die Stimme der Jugend ab. Geht wählen! Wir wählen! Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal bei EJ aktuell. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017